hallo und herzlich willkommen zum technikratgeber mit wolfgang rudolf hallo und herzlich willkommen ich habe so die angewohnheit mit meinem telefon ein bisschen schlampig umzugehen die kommen in die hosentasche da ist auch noch der schlüssel drin oder vielleicht auch noch werkzeuge oder taschenmesser und so und ich kann mal zeigen das ist das so ein trümmer was ich da habe und wenn dann das telefon und das taschenmesser irgendwo zusammen in der hosentasche da immer scheuert und rappelt und was weiß ich das tut dem display nicht gut dem ganzen telefon nicht gut natürlich kann ich das in die andere hosentasche stecken aber da habe ich noch andere sachen drin die sind auch nicht viel besser ich habe mich mal umgesehen und habe etwas gefunden von simbelli dem hersteller von der telefone die ich hier als auswahl mal mitgebracht habe und das ist eine ledertasche die sieht so klein aus da meint man gar nicht dass da so ein telefon hineinpasst und dennoch simbelli hat sich da gedanken gemacht einmal das hier ist ein magnetverschluss da ist also hier kein klett oder sonst was sondern klack ist der magnetverschluss der hält auch gut schön und hinten dran haben wir einmal so eine klemme das kann man unter den gürtel klemmen aber man kann es natürlich auch hier öffnen und dann gürtel dadurch schieben und dann wieder schließen und dann kann es noch nicht mal mehr nach oben raus rutschen herausfallen also jede menge möglichkeiten so jetzt will ich aber zeigen dass diese telefone wirklich da hinein passen hier ist ein innenfutter drin was gleichzeitig das display reinigt so da ist es drin zugeschützt ist ziemlich dick diese ledertasche vom material her insgesamt natürlich nicht und mein telefon das ist auch geschickt gemacht kann ich hier unten ist ein loch wieder raus drücken also das funktioniert auf jeden fall dann hier das nächste das können wir auch hier rein schieben das passt also auch wie angegossen und das drücken wir auch wieder raus und das ist also eine tasche eine universelle tasche für das xl 937 für das xl 959 und für mein kleines dieses hier das 5 easy auch von sim valley die passen alle ideal da rein und ich denke das ist eine tolle lösung die nehme ich einfach wieder mit und tschüss